Zu schützen gilt es, dass alle Menschen ein Recht auf Stadt haben, auf öffentlichen Raum und ihren Platz dort haben. Zu erkämpfen gäbe es, dass es eine gute Mischung gibt in allen Bereichen des Lebens in der Stadt, und zwar zwischen Kommerz, Sozialen und Kulturellen. Abschaffen finde ich, dass es Interessenkonflikte gibt, die so durchgesetzt werden von Einzelnen zu Ungunsten anderer, und das fände ich schön, wenn Menschen mehr miteinander machen würden.